Jeder möchte den Treiber weiterschlagen. Und um den Treiber weiterzuschlagen, braucht man natürlich, wir wissen es, mehr Schlegerkopfgeschwindigkeit. Ja, und es gibt viele Ideen, wie man das bewerkstelligen kann. Viele haben die Idee, dass man sagt, okay, man muss sein Becken so schnell und so viel drehen, wie es nur geht. Andere sagen, man muss mit den Händen im letzten Moment ordentlich zuschlagen. Da gibt es aber etwas, was Profigolfer signifikant anders machen als die Amateure. Und das Witzige ist, von diesem Körperteil, von dem ich jetzt spreche, bewegt der Amateurgolfer es mindestens genauso schnell in der Regel wie ein Profigolfer. Nur weil das Timing komplett anders ist und weil die Art und Weise, wie er das macht, anders ist, erzeugt der Golfprofi wesentlich mehr Geschwindigkeit. Und darüber sprechen wir jetzt. Das Körperteil, von dem ich spreche, welches die Amateurgolfer in der Regel ähnlich schnell bewegen wie die Profigolfer, aber weniger daraus machen, sind die Hände. Und die Hände können zwei Sachen machen. Das erste ist, sie können sich senken. Und das zweite ist, da gibt es Handgelenke und die können auf eine bestimmte Art und Weise sich bewegen und dann im Endeffekt den Ball schlagen. Und die Kombination von diesen zwei Elementen ist das, was es dann wirklich ausmacht. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Bleibt dran. Kommen wir zum Händesenken. Im Abschwung ist es so, dass die Hände eine gewisse Geschwindigkeit erreichen. Und zwar ist es ziemlich typisch, dass die Hände eine Höchstgeschwindigkeit von circa 20 Meilen pro Stunde haben. Die Pros, die den Ball wirklich weit schlagen, haben so in der Regel 24, 25 Meilen pro Stunde Handgeschwindigkeit, Peak Max, also die höchste Geschwindigkeit. Und Amateurgolfer erreichen auch fast diese Zahl, so 18, 19, 20, 21 Meilen pro Stunde. Also das ist nicht so viel Unterschied eigentlich. Der wesentliche Unterschied ist aber, wo sie die höchste Geschwindigkeit erreichen. Und zwar ist es so, bei Hobbygolfern sieht man sehr, sehr häufig, dass die höchste Geschwindigkeit dann erreicht ist, wenn die Hände ungefähr hier sind, also beim rechten Oberschenkel. Beim Profigolfer jedoch wurde bereits die höchste Geschwindigkeit circa hier auf Höhe des Bauchnabels erreicht. Also wesentlich früher. Warum ist das so wichtig? Nun, wenn du die höchste Geschwindigkeit erreicht hast, dann werden die Hände ja wieder langsamer. Und wenn die Hände dann langsamer werden, dann wird die Energie auf den Schlierkopf freigeben. Du kannst dir ja vorstellen, wenn die Hände sich jetzt einfach nur schnell bewegen, dann siehst du, dass der Schlierkopf sich in der selben Geschwindigkeit bewegt. Wären die Hände aber langsamer, dann kann der Schlierkopf hier kommen. Und das erzeugt in erster Linie Schlierkopfgeschwindigkeit. Viele Hobbygolfer versuchen wohl, die Hände durch den Ball zu beschleunigen und verwechseln das mit Schlierkopfgeschwindigkeit. Profigolfer haben jedoch das Konzept im Kopf, dass der Schlierkopf schnell werden muss. Und sie verstehen, dass die Hände da langsamer werden müssen. Deswegen haben sie die Strategie, dass sie früher mehr Geschwindigkeit erzeugen, damit sie länger Zeit haben, Energie auf den Schlierkopf zu übertragen. Der zweite wesentliche Punkt ist es, wie sich die Handgelenke in dieser Phase des frühen Senkens der Arme verhalten. Und zwar können die Handgelenke da mehrere Sachen machen. Das eine ist, dass der Winkel zwischen Schaft und Unterarm größer werden kann oder er könnte auch enger werden. Im Prinzip gilt, je enger der Winkel hier ist und je schneller die Hände ihre Peak Max haben, also ihre höchste Geschwindigkeit haben, desto mehr Weg hat der Schlierkopf zum Ball und hat mehr Potenzial zum Schlagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Handgelenke zu früh entwinkele und jetzt hier meine höchste Geschwindigkeit habe, dann habe ich nur diese kleine Phase hier, um Geschwindigkeit zu erzeugen. Ich hoffe, du kannst dir das bildlich vorstellen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich von dir möchte, dass du den Lag oder diesen Winkel so spitz machst, wie es nur geht. Das Problem am Lag ist, dass er andere Probleme verursacht. Und ich würde sagen, das sollten wirklich nur wenige sehr talentierte Golfer machen. Zwar ist es so, dass die längsten Profigolfer hier enger werden im Winkel, aber es gibt auch eine Vielzahl von sehr, sehr guten Golfern, die den Ball auch weit schlagen, die durchaus ein bisschen was von diesem Winkel hergeben im frühen Abschwung. Das sind so 20, 30 Grad, nicht wirklich untypisch. Was du nicht haben willst, ist, dass du das exzessiv machst, also den richtig wegschmeißt, castest, die höchste Geschwindigkeit beim rechten Oberschenkel hast, weil dann hast du wirklich keine Möglichkeit mehr, hier unten Geschwindigkeit zu erzeugen. Wenn du aber hier oben bist, die Hände früh schnell bewegst, diese Struktur einigermaßen beieinander hältst, dann siehst du, dass der Schlögerkopf hier oben, habe viel Weg, kann viel Geschwindigkeit erzeugen. Und jetzt zeige ich dir noch eine lässige Übung dafür. Für diese Übung hier brauchst du eine leere Klopapierrolle. Jetzt weißt du, warum es so viele Hamsterkäufe gab in Zeiten des Coronas, weil das sind all die Leute, die meine Videos anschauen und die Übungen mit der Klopapierrolle nachmachen wollen. Und zwar, du nimmst diese Klopierrolle, gibst sie hier über den Schaft drüber, ähnlich wie bei dem Video, das ich letztens gepostet habe. Hier oben kannst du noch einmal das Video anschauen, falls du das versäumt hast. Machen aber eine andere Übung. Und zwar, ich möchte, dass du ausholst, lass die Klopapierrolle hier auf deine Finger rollen und jetzt möchte ich, dass du abschwingst. Und wenn du es langsam abschwingst, siehst du, dann bleibt die Klopapierrolle genau da, wo sie ist. Wenn du zu früh wegschmeißt, dann geht die Klopapierrolle in diese Richtung. Und wir wollen sie aber möglichst vertikal lassen, mehr der Übung. Und wir wollen eine zweite Sache, wir wollen, dass, wenn du das machst, die Klopapierrolle kurz hinauf geht. Das wäre ein Zeichen für frühe Handgeschwindigkeit. Also ich mache das noch einmal. Erstens mal, du willst, dass das relativ vertikal bleibt und nicht in diese Richtung zeigt. Und du willst, dass die Klopapierrolle so rauf geht, wenn du das machst. Ich zeige es noch einmal vor. Und wichtig dabei ist, dass du auch im Körper stabil bleibst. Du brauchst nicht zu versuchen, jetzt irgendwie die Hüften aggressiv zu drehen. Konzentriere dich lieber auf dieses Segment hier. Und wenn du das Gefühl hast, dann lass doch mal los. Dann wirst du merken, dass die Klopapierrolle so richtig gegen den Schläger klatscht. Und dann hast du ein Indiz dafür, dass du mehr Schlegerkopfgeschwindigkeit hast. Du hast sicher Freunde, die auch ein paar Meter vertragen könnten und von diesem Video profitieren würden. Und ich würde dich bitten, dass du dieses Video mit ihnen teilst. Weiters ist es sehr wichtig im Golfschwung, dass du verstehst, dass die L-Bögen eine sehr zentrale Rolle haben, wie die Schlägerkopfgeschwindigkeit sich erhöhen kann und die Trefffahrqualität besser wird. Deswegen habe ich hier ein Video gedreht über den rechten L-Bogen im Abschwung, das du dir unbedingt anschauen sollst, weil dann verstehst du erst alles, was ich in diesem Video gesagt habe, so richtig. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss! Tschüss!